Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Mission Elemental Diplomatie anzunehmen bei Bewahrter Sefel in der Vermarztwo. Anfolgende Position, hier sieht man auch die Koordinaten. Nehmt die Quest also an, dann darf ich die Speierkarte hier benutzen, die sich gleich links befindet. Und das ist die Mission, die ich erledigen darf. Ziehe nun meine Champions und meine Trupps in die freien Slots. 100 Prozent, da wird die Mission sicher erfolgreich. Startet die Mission. Mit einem Linksklick auf Mission starten. Hier kann ich nachschauen. Elemental Diplomatie, 59 Minuten, läuft. Da ist die Mission auch schon abgeschlossen. Jetzt nur noch auf abgeschlossene Missionen ansehen klicken, mit der linken Maustaste. Erfolgreich. Nur noch auf die Belohnung klicken, mit der linken Maustaste. Und weiter. Nun entweder hier oben X klicken oder Escape, was ich mache. Dann darf man die Quest bei Bewahrter Sefel abgeben. In der Maustwo. Anfolgende Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao.